Hi, ich bin Henning und ich zeige euch heute, wie man relativ einfach und mit wenig Aufwand aus einem Klavierstück ein Orchesterarrangement anfertigen kann. Ich habe den Trauermarsch für symphonisches Orchester arrangiert und hierbei versucht, den vierstimmigen Horn-Satz, der im klassischen symphonischen Orchester typisch wäre, durch Saxophone ergänzt. Der Klaviersatz dient durch das gesamte Arrangement als Fundament und wird auf die einzelnen Orchesterinstrumente aufgeteilt. Probiert es selbst aus, sucht euch ein schönes Stück für Klavier und übertragt es auf. Eure individuelle Besetzung in eurem Schulorchester. Eure individuelle Besetzung in eurem Schulorchester. Eure individuelle Besetzung in eurem Schulorchester.